Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Es ist noch eine Woche hin bis zur nächsten Season, Season 3 und diesen Donnerstag bekommen wir endlich neue Informationen, Harte Facts im Campfire Chat. Ab 18 Uhr geht's dann los, werde ich wahrscheinlich streamen, ansonsten alle Informationen hier einen Tag später zusammengefasst. Und ich hatte euch gefragt auf YouTube, wenn jetzt ein neues Uber Unic, was relativ wahrscheinlich ist, ins Spiel kommen würde, für welche Klasse würdet ihr euch das wünschen? Und ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass eine Klasse extrem weiten Ausschlag hat, wofür wir aktuell wenig bis keine Uber Unics haben. Weil wenn wir uns mal alle anschauen, da gibt es ja aktuell sieben Stück, haben wir zweimal Kopf an Dariels Antlitz und Harlekens Krone. Wir haben einmal einen Stab für einen Magier und für einen Druinen. Wir haben den Großvater und den Doombringer, Großvater für den Necro und den Barbaren. Und insgesamt würde ich sagen, dass gerade der Druide und der Magier am wenigsten von den Uber Unics haben. Wir haben zwar den Stab für den Druiden und für den Magier, der ist aber relativ useless. Ja, ich benutze den im Schlachthaus, aber ansonsten kann man den wenig benutzen. Und alles andere ist entweder für alle Klassen oder halt nicht für den Magier oder den Druiden. Deswegen hatte ich gedacht, okay, der wäre bestimmt ganz weit vorne sein und wäre auch meine Wahl. Ich würde mir ein Uber Unic für den Druiden wünschen. Oder aber eine Brust, Hände oder Hose, irgendwas für den Körper, weil da haben wir noch gar nichts. Aber sehr ausgeglichen, was an Uber Unics, was ihr euch da wünscht. Und wieso komme ich eigentlich da drauf mit den Uber Unics? Das letzte Uber Unic, was wir bekommen haben, war am 20. Juli zu Patch 1.1 zu Season 1. Und die anderen sechs hatten ja von Anfang an mit drin. Und es ist eigentlich sehr wahrscheinlich und wurde auch schon hier und da mal in Reddit-Forum gepostet, dass ein neues Uber Unic mit reinkommen soll. Was wir schon sicher wissen, das war schon bekannt, bevor überhaupt jetzt das Kämpfer herkommt. Und zwar die Menge an Unics, die wieder ins Spiel kommen. Das sollen nämlich immer sechs sein. Das war zu Season 1, waren das sechs Stück. Fünf normale und das Uber Unic. Zu Season 2, wisst ihr ja selber, dann haben wir irgendwie 20 Unics bekommen. Und jetzt zu Season 3 sollen wieder sechs Stück kommen. Ich könnte mir also sehr gut vorstellen, dass es wieder fünf normale Unics sind für jede Klasse 1. plus ein Uber Unic, wenn sie es genauso machen wie in Season 1. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, Season 3 ist ja auch die erste Season, die nach Release des Spiels programmiert wurde. Könnte also auch mit einhergehen, dass da jetzt auch was Neues kommt. Wenn man bedenkt, dass hier sechs Uber Unics, die vorher reinkamen, schon im Base Game mit drin waren und jetzt die erste Season ist, die neu mit dazu kommt. Ich weiß, dass viele von euch einerseits die Duriel Runs und das Endgame mit Duriel doof finden. Andererseits gibt es auch viele, die das extrem cool finden, so wie ich auch. Eine Chance, Uber Unics zu bekommen von einem Endboss. Zuhört sich die anderen Endbosse. Finde ich ein sehr cooles Endgame, ein Stück vom Endgame. Ich bin auf jeden Fall sehr heiß drauf, wieder Duriel Runs zu machen. Hatte ich gar nicht so gedacht. Nachdem wir über 1000, 2000 Stück gemacht haben in Season 2, hätte ich gar nicht gedacht, dass ich nochmal so viel Bock auf Duriel Runs habe. Aber in Season 3 habe ich da wieder extrem Bock drauf. Ich will ganz früh Harlekins Krone haben oder überhaupt irgendeinen Uber Unic. Und dann eventuell, falls es wirklich so kommt, das neue Uber Unic. Schreibt mir gerne eure Meinung in den Kommentaren. Wird ihr euch A, eins wünschen und B, welches? Wärt ihr auch so wie ich eher was Rüstungmäßiges? Bedeutet Schuhe, Hose, Rüstung oder Handschuhe? Oder wollt ihr wieder einfach eine geile Waffe und dann für eine bestimmte Klasse? Schreibt es mir unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Wie gesagt, Donnerstag ist der Kernfahrer-Chat. Da erfahren wir dann endlich Neuigkeiten. Und dann werden wir auch ganz genau wissen, welche neue Unics ins Spiel kommen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne ein Follow da lassen. Ich würde mich sehr über ein Follow freuen und sage bis zum nächsten Mal Leute. Haut rein.